Kennst du das, wenn die Geschäftsleitung oder die Teamleitung, das leitende Management, ganz hohe Ansprüche an ihre Mitarbeiter setzt? Was sie zu tun haben, wie sie zu arbeiten haben, wie sie sich zu kleiden haben, wie sie zu reden haben und so weiter und so weiter. Wie wäre es denn mal, wenn die Mitarbeiter an ihr Management auch solche Ansprüche richten würden, wie das Management zu sein hat, wie sie sich zu verhalten haben? Ach, es wäre sehr, sehr lustig. Deswegen gibt es einen Punkt, der heißt jetzt Prinzipien der Unternehmensführung. Und das bedeutet, dass diese Art ich von mir selber erwarte, aber auch wenn jemand bei mir eine Leitungsposition nimmt, dann sollte er diese Prinzipien für sich als Maßstab gelten lassen. Bist du gespannt, wie das aussieht? Los geht's! Der Gevorgesetzte hat die Aufgabe, denen ihm von Gott anvertrauten Mitarbeitern zu helfen, sich bestmöglich zu entwickeln und mit seiner Abteilung den Ertrag der Firma gewinnbringend beizusteuern. Okay, der Satz war lang. Was haben wir da drin? Nummer 1. Dir wurden Menschen anvertraut, wenn du Führungsposition bist. Es ist nicht, ich bin Führungsposition, endlich kann ich nach unten treten. Du bist in einer Position, wo dir etwas anvertraut wird und du bist verantwortlich, wie du damit umgehst. Ob du das nur zur Befriedigung deiner eigenen selbstzerstörerischen, narzisstischen Natur benutzt oder ob du es wirklich vom Herzen nimmst und umsetzt. Und als Herzensführungsmensch dann was tust, hilfst diesen Mitarbeitern, sich bestmöglich zu entwickeln. In vielen Firmen hat der Vorgesetzte das Ziel, die Mitarbeiter bestmöglich zu unterdrücken. Das weiß ich aus den ganzen Bewerbungsgesprächen. Immer wieder höre ich die Geschichten. Meine Güte. Und natürlich machen wir das alles nicht einfach zum Selbstzweck, um irgendwie nur einen schönen Tag zu haben, sondern du hast das Ziel, mit deiner Abteilung zu dem Ertrag der Firma Gewinnbring beizusteuern. Natürlich haben wir Gewinn als Gewinnerzielungsabsicht, sonst würde das Finanzamt den Laden dicht machen und sagen, ihr macht ja nur Verluste, das ist ja Liebhaberei. Jede Firma hat Gewinnerzielungsabsicht und ansonsten macht es gar keinen Sinn, diese Firma zu betreiben. Da können wir einfach alle nach Hause gehen. Wir unterstützen unsere Mitarbeiter bei Fragen zu Sinn des Lebens. Identität, Charakter und Denkmuster, Biologie, Gesundheit, Ernährung, Pharmazeutik und Sport. Und hier greift wieder das, was ich in den anderen Serien erkläre, die drei Bereiche Geist, Seele und Körper. Geist, Sinn des Lebens, Seele, alles was mit deiner Identität, deinen Denkmustern zu tun hat und der Körper, alles was mit der Biologie zu tun hat. Und das sage ich direkt auch im allerersten Gespräch, dass ich sage, Leute, ich erwarte, als wenn jemand ankommt, dass er nicht komplett resistent ist, sondern kommst hierhin in einen Bereich, wo dein Chef sich voranbringen möchte und dann wäre es doch schon sinnvoll, dass du dann sagst, okay, wenn ich hier bei Aquatuning anfange, dann heißt das, mir werden Angebote gemacht, mich zu verbessern, nach vorne zu kommen, von jemandem, der durch alles selber durchgegangen ist, warum soll ich denn da prinzipiell einfach dagegen sein? Warum soll ich das lächerlich machen? Warum soll ich meinen eigenen Bööö dazu mir denken und dann noch negativ über diesen Spinner reden? Wenn man hier zusammenarbeitet, sollte das klar sein, mit wem du es zu tun hast und wie das miteinander mit mir und dann noch dir aussieht. Wir, also das, wir als Führungspersonen, vertrauen unseren Mitarbeitern und glauben an sie. Und ich glaube ganz persönlich an jeden, der hier arbeitet. Und das führt zu einer Positivität in meinem Herzen, im Umgang mit jeder Person. Und dieser Glaube hat manchmal zu sehr lustigen Gesprächen auch geführt. Beispiel, wenn jemand versagt, zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Szene, dann bin ich zu den Mitarbeitern, habe ihn gefragt, okay, wie beurteilst du das hier? Ja, aber halt Mist und so, dann kommt das Ganze. Einsicht, okay, zugeben. Und dann habe ich ihn fertig gemacht. Richtig. Und ich habe gesagt, du, piep, du kannst das besser. Ich weiß, dass du eine bessere Leistung abliefern kannst. Das, was du hier gemacht hast, war unter deinem gottgegebenen Niveau. In dir schlummern, Fähigkeiten, Kraft und Kapazitäten, ein anderes Level von Output zu generieren. Ich habe dich deswegen eingestellt und ich glaube an dich. Was meint ihr, wie die Reaktion von dem Mitarbeiter war? Ich bin nach so einer Fertigmach-Aktion dann erstmal tränenweinend irgendwo in... ...sie aufs Klo zurückgezogen oder was? Hat mich angeguckt. Und dieser Gesichtsausdruck war, das hat mir noch nie jemand so gesagt. Wisst ihr, wie viele Väter es verpassen, so etwas in ihre Kinder reinzupflanzen? Dann fangen diese halb verdorrten Geschöpfe irgendwo an in der Arbeitswelt und werden immer nur erniedrig, erniedrig. Und dann kommt endlich mal einer, der an sich glaubt, es macht so einen Unterschied. Ich glaube es deswegen auch in meinem Fundament, in meinem Lebenshaus, diesen Glauben zu haben. Den hast du nicht einfach so. Hat nicht jeder. Den kann man kriegen, wenn man liest mein Buch. Okay. Wir vereinbaren Ziel und Leistung und halten uns daran. So, so viel Chaka, Chaka, yeah und jetzt machen wir mega Vertrieb und jetzt machen wir geile Marketing. Sag ich, okay, was ist unser Ziel? Vertrieb bedeutet, wie viele Neukunden, welche Einlistungsrate, welche Umsätze kannst du mit welchem Kunden steigern? Okay, okay, jetzt muss ich auf einmal konkret werden. Na ja, dann wird es ja auch überprüfbar. Marketing. Ich sage, okay, gut. Was heißt Marketing? Wie viele Videos auf YouTube haben wir am Ende? Welche Reviews generieren wir? Wie viele Klicks auf irgendeine machst du? Trackst du das Ganze? Äh, nein, weiß ich nicht, aber ich mache geiles Marketing. Leute, wie wollen wir denn Leistung vereinbaren und uns daran halten? Also Motivation ist gut, aber du musst doch auch selber überprüfen, was hat denn das alles gebracht und zu was hat das geführt. Wir führen durch Verständnis. Ach, mein Führungsstil ist, führen durch Verständnis, denn in Klammern steht hier, nicht durch Angst. Und ich hatte neulich eine Situation und da habe ich einem Mitarbeiter gesagt hier, ich habe mal ausgewertet einen neuen Punkt und ich habe, wie wir eure Abteilung besser entwickeln können und habe das einfach nur mal ausgewertet, habe die Fakten zusammengetragen und habe da drunter geschrieben, hier, das möchte ich in Zukunft uns auch angucken. Ähm, damit wir uns zu diesem Punkt einfach sehen können, ob sich da irgendwas dran machen lässt. Es waren wirklich ganz 0,0 Verurteilungen, Inidrigungen, Vorwürfe, gar nichts. Der Mitarbeiter hat das genommen und äh, ich mache ja, wenn ich in Gespräche gehe, schon vorher was ich bereden möchte. Ich fange nicht im Gespräch und hole irgendwelche Leichen da aus dem Keller, die werden vorher schön hochgeholt, gewaschen, sediert und in verwertbaren Häppchen serviert, ja. Und dann kriegt das jeder schon vorher, bevor er ins Mitarbeitergespräch geht. Auf jeden Fall, die Reaktion war, die waren es jahrelang gewohnt, von ihrem Vorgesetzten so fertig gemacht zu werden, wegen gar nichts. Die haben dann sofort eine Verteidigungshaltung eingenommen. Und mir dann auf einmal ihre ganzen Verteidigungsargumente, und ich höre das Ganze an und sage so, Entschuldigung, aber habe ich dich jetzt irgendwie angegriffen? Habe ich irgendwie dich entdeckt? Warum machst du denn das jetzt? Guck doch mal, ich habe geschrieben, so und so, wir wollen, warum hast du jetzt Angst vor was, was passiert denn hier? Ja, also wir waren das jahrelang so gewohnt. Ach meine Güte, tut ihr mir leid. So, ja, und führend durch Verständnis heißt aber auch, dass ich eben nicht der Galerientreiber bin, der da rumpeitscht, sondern mir die Zeit nehme und wirklich auf eine Art mit Menschen rede, die auch manchmal länger dauert, aber wenn sie dann zu einem Ergebnis führt, dann kann ich mir sicher sein, dass wenn ich aus dem Raum rausgehe, wenn ich auf einer Geschäftsreise bin, dass die Leute, wenn sie es wirklich verstanden haben, warum Dinge wichtig sind, die das auch tun können, ohne dass ich ständig als Galerientreiber da weiter rumpeitsche. Wir halten uns an Gesetze und unsere Ethik, auch wenn wir dadurch kurzfristig einen Nachteil haben, zum Beispiel keine Bestechung. Und in diesem Zusammenhang muss ich mal so ein bisschen erzählen, was so in der Branche los ist. Es ist halt in einem gewissen Maß üblich und wenn du eine Firma zum Beispiel in der Schweiz hast, ist sogar Bestechung im Rahmen deiner Betriebsausgabe möglich, wenn das zu einem Business nachher führt. In anderen Ländern wird das noch relaxter betrachtet, wie in Deutschland haben wir ja schon sehr strikte Vorgaben, aber auch wenn die Vorgaben nicht so wären, ich persönlich muss ja für mich eine Verantwortung übernehmen, möchte ich jemand sein, der durchs Leben gegangen ist und der Geld angehäuft hat mit Blackjack, Bestechungsgeldern und Prostituierten. Und immer wieder komme ich an den Punkt, wo dann gesagt wird, ja das funktioniert mit dem Kunden nicht, weil der hat sich für den anderen entschieden, denn der kommt einmal im Jahr vorbei und macht dann das und das. Oder ja, der macht mit ihm halt fünfmal so viel Umsatz, weil, ja der wird einmal im Jahr in sein Land eingeladen, in die Berge und dort hat er sehr schöne Balkan-Mädels, die mit ihm dann die Zeit verbringen. Und wir haben dadurch hart zu kämpfen gehabt, weil wir das nicht getan haben. Und wir haben dadurch Geschäfte verloren als Aquatuning, weil ich Nein gesagt habe und ich meinem Vertrieb, die ja eh nicht lügen dürfen, auch gesagt habe, das läuft so nicht, das werde ich nicht tun. Und wenn ich einen Geschäftskunden gewinne, dann über meine Werte, über langfristige Perspektive. Ich sage, wenn du mit Aquatuning arbeitest, du hast Ehrlichkeit, Transparenz, Aufrichtigkeit. Weil, okay, wenn du mit dem anderen arbeitest, der bereit ist, deine Seele zu verkaufen, nur um dir irgendwie 100.000 Euro Ware zu liefern, weißt du, der ist doch zu allem anderen auch fähig. Und du musst für dich als Businesspartner eine Entscheidung treffen, welches Brand liste ich bei mir. Und vielleicht solltest du als Geschäftsführer dir auch überlegen, was macht denn dein Einkäufer und warum macht er das, was er macht. Das ist ein echt bescheuertes Thema und ich will nicht zu tief reingehen. Aber, ja, wir haben dadurch kurzfristige Nachteile. Ich glaube aber an langfristigen Gewinn durch diese Sachen. Und der letzte Punkt, wir betrachten gute, die Mitarbeiter würden gerne sowas hören, die C-Mitarbeiter. Wir betrachten unsere Mitarbeiter als das höchste Gut der Firma. Und das haben mir die C-Mitarbeiter, als ich damals diese kleine Revolution hatte, gesagt. Wir sind das höchste Gut der Firma. Okay, habe ich gesagt, okay, okay, klingt erstmal gut. Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du was, ich packe dir nur ein Wort da dran. Wir betrachten gute Mitarbeiter als das höchste Gut der Firma. Schlechte Mitarbeiter betrachte ich nicht als das höchste Gut der Firma. Und das greift dann wieder rein in meine Art, das Personal zu führen und klar zu sedieren. Gute Mitarbeiter, ich liebe euch, ich finde es großartig, ich arbeite sehr gerne mit euch. Schlechte Mitarbeiter müssen dieses Unternehmen verlassen. Und daher weiß jeder, wenn diese Prinzipien der Unternehmensführung für mich und meine Teamleiter gelten, weiß er, woran er ist und er kann sie auch auf diese Schritte festnageln und sagen, Nathanael, das hängt am Whiteboard, guck mal, hier sind wir jetzt in der Situation, guck mal, was da steht und dann werde ich sagen, danke für die Erinnerung. Jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Ich schließe Sie, ich ruhe.